Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. In dieser Folge der Smart Facts möchte ich euch ausnahmsweise kein neues KNX-Gerät vorstellen, sondern ich möchte euch gerne den neuen IP44-Deckeneinbauring von Constellet vorstellen. In Räumen mit einem erhöhten IP-Schutzwert, also Badezimmer oder auch irgendwelche Kellerräume bis hin zum Außenbereich, Unterschläge vor dem Haus, da brauche ich in der Regel IP-geschützte Einbauspots. Da reichen natürlich nicht die konventionellen aus. Unsere Erfahrung war, dass die konventionellen Spots, die man so am Markt kaufen kann, nicht unbedingt so cool sind. Also haben wir von Constellet aus einen komplett neuen Einbauring entwickelt. Jetzt wird man nicht sagen, ja okay, es ist halt ein Einbauring, hat zwei Klammern, das 68er Maß, das haben viele andere vielleicht auch. Besonderheit bei diesem Ring ist der Aufbau an sich. Ich habe einmal mit Bayonettverschluss gesichert die Abdeckung und unter der Abdeckung, da kommt eigentlich erst die ganze Magie. Das heißt, ich habe hier einmal einen Dichtring und unten drunter nochmal einen weiteren Dichtring, wo auch das Glas erst drin ist. Diesen Ring kann ich einfach entfernen von vorne und so besteht das Gerät oder der Ring aus drei verschiedenen Einzelteilen. Der Einbau des Spots ist dann relativ simpel. Ich habe meinen Ring, den baue ich in mein 68er Loch in der Decke ein, nehme mir dann idealerweise einen Constellet-Spot, alle anderen passen natürlich auch, den setze ich von vorne rein, nehme dann das Abdeckglas, so hält der Spot schon mal ganz entspannt oben an der Decke und dann muss ich nur noch den Bayonettring oben draufsetzen und schon ist meine Leuchte fertig. Diesen Ring gibt es sowohl in matt-schwarz oder auch in weiß, in einem RAL 9010, also einem rein weiß und durch diesen leicht zurückgesetzten Spot, man sieht, er ist nicht ganz flächenbündig vorne, habe ich einen ganz, ganz tollen Lichtaustritt, der ein sehr schönes Licht an der Wand oder entsprechend natürlich auch auf dem Boden realisiert. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, schaut euch das wirklich gerne an, ein ganz, ganz tolles Produkt. Wenn ihr Fragen habt zu diesem neuen Einbauspot von Constellet, wenn ihr weitere Fragen habt zu anderen Produkten, wie gehabt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.